EUXXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Sophie Schwertner. Herzlich willkommen. Liebe Sophie, wir sind auf dich gestoßen zu Beginn dieses Jahres, spätestens im Frühjahr. Da hast du eine Stellungnahme geschrieben zu einem Thema, das am Anfang, wenn man das noch nicht kennt, sehr sperrig klingt. Neue EU-Regeln für Tarifverträge für Solo-Selbstständige. Ja, und wenn man das gelesen hat, dann weiß man ungefähr, worum es geht. Du bist nämlich Universitätsassistentin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht. Herzlich willkommen und danke, dass du dich meinen Fragen stellst. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir wissen, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaftsarbeitswelt, gibt es zwei große Gruppen, die Unternehmer und Unternehmerinnen und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und dazwischen eine große Gruppe folgen, die man immer nannte, EPUs, Einzelpersonenunternehmen. Und die unterliegen bis vor kurzem dem EU-Wettbewerbsrecht. Und jetzt gibt es plötzlich Solo-Selbstständige. Was ist überhaupt jetzt der Unterschied zwischen EPU und Solo-Selbstständig? Was bin ich? Was bist du? Also grundsätzlich, ja, es stimmt, im Arbeitsrecht differenzieren wir auf der einen Seite eben zwischen Arbeitgebern, die wir als Unternehmen auch bezeichnen können, und andererseits eben zwischen Arbeitnehmern, die sich durch Weisungsabhängigkeit und organisatorische Eingliederung auszeichnen. Und dann gibt es aber jetzt, wenn wir uns die Veränderungen in der Arbeitswelt anschauen, eine dritte Gruppe, die kann man sagen immer größer wird und sind eben Solo-Selbstständige. Das sind Personen, die zwar nicht organisatorisch eingegliedert sind, das heißt grundsätzlich selbstständig sind, aber doch in gewisser Massen eine mit Arbeitnehmern vergleichbare Interessenlage und Schutzbedürftigkeit aufweisen. Wir kennen die schon aus dem geltenden Arbeitsrecht, da bezeichnen wir sie als arbeitnehmerähnliche Personen, das heißt, das sind Personen, die wirtschaftlich abhängig sind von einzelnen Auftraggebern und eben in gewissermaßen, wie Arbeitnehmer ihrer Interessenlage nach sind. Und jetzt werden sich viele gleich fragen, was hat das jetzt genau mit dem Film oder mit Kunst und Kultur zu tun? Was hat das mit Film, Kunst und Kultur zu tun? Es gibt eben gewisse Branchen, in denen diese Solo-Selbstständigkeit oder Arbeitnehmerähnlichkeit stärker auftritt als in anderen Branchen und eben der Film, Kunst, Kultur und Medienbereich zählt eben dazu. Wir kennen das aber genauso gut auch aus der Plattformwirtschaft, wenn wir dann von Crowdwork und Gig-Economy und so reden, von Lieferboten, Ritern, Uber-Fahrern vielleicht. Damit komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Ansatz. Oftmals kann die Kunst ein Vorreiter sein, in dem Fall war das so. Denn vor vier Jahren ist EU-XXL nach Brüssel gefahren, hat sich zusammengetan mit FERA, das ist der Europäische Regieverband, Imago, das ist der Internationale Kamerverband und Unimei, die europäische Abteilung der weltweit umspannenden Gewerkschaften. Und wir vier sind vorausgeprescht in Brüssel, haben gesagt, diese EPUs, jetzt heißen sie Soloselbstständige, sind schutzlos einem Markt ausgeliefert, der immer nur, also man darf das nicht ganz so verallgemeinern, aber mehrheitlich nach dem günstigsten Ausschau hält. Und das führt zu einem Raubbau an der eigenen Energie, an der eigenen Kraft, an der eigenen Arbeitskraft und führt auch zu Krankheiten, etc., etc. Und wir haben diesen Stein ins Rollen gebracht und somit freue ich mich, dass dieser Satz, den man immer wieder hört, Kunst kann eine Speerspitze sein, hier tatsächlich eine Speerspitze war. Wenn man das jetzt mal kurz in Zahlen fasst. Europa hat etwa knapp 25 Millionen Soloselbstständige, in Österreich sind das knapp 300.000, das sind jetzt doch sieben Prozent aller Erwerbstätigen in Österreich. Und darunter sind die Kunst- und Kulturschaffenden nur ein kleiner Prozentsatz, aber wir haben es dort hingebracht, wo die Entscheidungen fallen. Was ist denn hier konkret gefallen? Was unterscheidet jetzt ein EPU von einem Soloselbstständigen? Also was unterscheidet ein EPU von einem Soloselbstständigen, wenn wir jetzt über diese Leitlinien sprechen, die eben das Verhältnis von Tarifverträgen oder Kollektivverträgen zum Kartellrecht behandeln? Moment, stopp, geh mal einen Schritt zurück, das ist schon fast zu schnell für mich. Wir EPUs wurden behandelt wie ein normales wirtschaftliches Unternehmen mit mehreren Angestellten und daher unterlagen wir immer dem europäischen Wettbewerbsrecht. Und das ist ein Problem, wir wollten das anders gestaltet wissen. Und jetzt, und da war einer der wichtigsten Punkte, dass man sagt, wir würden gerne kollektiv unsere Mindesttarife verhandeln können. Und dazu bedurfte es eben einer Klarstellung seitens Brüssel. Und jetzt bitte noch einmal konkret, liebe Sophie. Wenn man sich diese Leitlinien dann anschaut, hat man eben dort einen Begriff der Soloselbstständigen definiert und da wird eben darauf abgestellt, dass die Person, der Leistungserbringer eben diese betreffenden Dienstleistungen in erster Linie unter Verwendung der eigenen Arbeitskraft erbringt. Das heißt, es geht nicht um Personen, die beispielsweise Immobilien vermieten oder Autoteile verkaufen, das sind so die Beispiele, die da genannt werden, sondern Personen, die in erster Linie ihren eigenen Körper, ihre eigene Arbeitskraft einsetzen, um die Leistungen, die sie vertraglich schulden, zu erbringen. Und was dürfen die jetzt? Was dürfen die jetzt? Was sie früher nicht durften. Diese Stellungnahme der Kommission, das ist eine Bekanntmachung, das heißt grundsätzlich einmal ein unverbindliches Rechtsinstrument, das sozusagen die Rechtsmeinung der Europäischen Kommission wiedergibt, die aber doch die Wettbewerbsbehörde in der EU ist. Die sagt jetzt, okay, wenn ihr Soloselbstständigen kollektive Verhandlungen, Tarifverhandlungen aufnehmt, dann sind die in gewissen Fällen, die dann genannt werden in den Leitlinien, von der Anwendung des Kartellrechts ausgenommen. Das ist ein riesengroßer Schritt nach vorne und ein großes Bekenntnis hin, dass es nun mal zwischen Unternehmen und Arbeitnehmerinnen eben diese dritte Welt der Soloselbstständigen tatsächlich gibt und die dürfen dem Schutz nicht alleine ausgeliefert sein. Wir wissen, ein Recht ist ein Recht, ist in ein Gesetz gemünzt worden. Was haben denn Leitlinien für eine rechtliche Relevanz? Weil das sind ja, diese Stellungnahme nennt sich Leitlinien für Soloselbstständige. Was heißt das? Leitlinien sind grundsätzlich ein Rechtsinstrument, das die EU-Verträge so nicht kennen, aber das die Rechtsmeinung der Europäischen Kommission wiedergibt. Sie sind unverbindlich grundsätzlich, aber sie entfalten doch eine Art Selbstbindungswirkung für die Kommission selber. Das heißt, die Kommission selber kann dann nicht mehr von dem, was sie jetzt in diesen Leitlinien sagt, ohne größere Gründe zu nennen, abweichen. Insofern hat sie doch eine starke Indizwirkung auch für die Mitgliedstaaten und wird auch vor dem Europäischen Gerichtshof eine gewisse Relevanz erlangen. Also es ist doch ein starkes Stück und eben ein Paradigmenwechsel. Könnte das theoretisch sein, dass ein Mitgliedsland sagt, ich wende diese Leitlinien nicht an? Theoretisch ist alles möglich, aber grundsätzlich wird ja das europäische Wettbewerbsrecht, und es geht um das europäische und nicht um das nationale Wettbewerbsrecht, wird vor allem von der Europäischen Kommission vollzogen, auch von den mitgliedsstaatlichen Wettbewerbsbehörden, aber vor allem von der Kommission. Und aufgrund der Loyalitätsverpflichtung, die sich wiederum auch aus dem EU-Verfassungsrecht unter Anführungszeichen ergibt, sollten die Mitgliedstaaten eigentlich davon nicht abweichen. Das heißt, es wird dann den einen oder anderen Präsidentsfall vielleicht vor einem Gerichtshof geben, und diese Entscheidung könnte dann wiederum eine Auswirkung auf folgende, nachfolgende Problemfälle haben, oder? Genau, also aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive wäre es natürlich super spannend, wenn es dann einen Fall geben würde, der vor dem EuGH landet. Ja, vielleicht kommt es ja gar nicht dazu, weil wir alle ein Einsehen haben und versuchen hier auf Augenhöhe einen Weg zu finden. Gut, also Solo-Selbstständige sind im Film schaffen, ich sage jetzt ein Beispiel, Kostümbildner und Kostümbildnerinnen, die schaffen ein Werk, und dafür wird eine Leistung abgegolten. Wir reden jetzt nicht vom Urheberrecht, wir reden, was ich in Österreich hier auch treffen würde, aber nein, wir reden jetzt wirklich von der Arbeitsleistung, die erbracht wurde. Das heißt, man kann hier gemeinschaftlich einen Mindesttarif verhandeln. Habe ich das richtig interpretiert? Genau, was jetzt möglich sein wird, hoffentlich, also was sich vielleicht entwickeln wird, ist, dass sich eben diese Solo-Selbstständigen zusammenschließen, zu verbänden, wie es eben jetzt schon die Arbeitnehmer tun, wie es die Arbeitnehmer in Wahrheit seit der Industrialisierung tun, und dann auch kollektiv verhandeln und sich durch kollektive Selbsthilfe, kollektive Gegenmachtbildung, angemessene Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen aushandeln, mit der Gegenseite quasi. Ah, wichtig, es geht also nicht nur um den Lohn oder das Honorar, sondern es geht auch um die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen, die damit verhandelt werden können. Gut, wer kann denn so etwas verhandeln im Namen von, bleiben wir bei den Kostümbildnerinnen? Wer kann das? Also es können im Grunde genommen Verbände, die sich zusammenschließen. Wenn sich einzelne Solo-Selbstständige zusammenschließen, dann können sie einen Verband gründen und dann können sie verhandeln. Es gibt ja einen Berufsverband. Genau. Der Kostüm- und Szenenbildnerinnen. Es ist nur jetzt in Österreich so, dass, wenn man an Kollektivverträge für Arbeitnehmer denkt, dass die eben gewisse Rechtswirkungen entfalten. Wir sprechen da von der Normwirkung. Das heißt, Kollektivverträge für Arbeitnehmer, wie sie das Arbeitsverfassungsgesetz kennt, die wirken wie ein Gesetz. Die sind Gesetze im materiellen Sinn. Und das geht zurzeit für Solo-Selbstständige in Österreich nur in sehr ausgewählten Fällen, nämlich für gewerbliche Heimarbeiter und für ständige freie Medienmitarbeiter im Sinne des Journalistengesetzes. So etwas gibt es für alle anderen Solo-Selbstständigen bis jetzt noch nicht. Da müsste man schauen, ob der Gesetzgeber sich vielleicht überlegt, wäre vielleicht ganz gut für andere Solo-Selbstständige auch. Aber Moment, jetzt ist ja, wir haben einen Berufsverband. Wir bleiben jetzt bei den Szenenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen. Die haben einen Verband. Darin sind mehrheitlich so ziemlich alle in Österreich Arbeitenden vertreten, soviel ich weiß. Die wären schon befugt, diese Verhandlungen zu führen? Für Solo-Selbstständige zurzeit nicht. Nicht so, dass man dann Kollektivverträge mit Normwirkung als Ergebnis erzielen kann. Ich dachte, das dürfen Sie jetzt, weil Sie ja auch Solo-Selbstständige sind und nicht mehr EPUs. Das eine behandelt die kartellrechtliche, die unionskartellrechtliche Dimension und sagt nur, okay, ihr könntet jetzt aus Sicht des Unionsrechts. Unionsrecht steht dem nicht mehr im Weg. Aber bevor man dann wirklich so etwas hat, dass die Rechtswirkungen entfalten kann, wie sie ein Kollektivvertrag entfaltet für Arbeitnehmer, müsste der Gesetzgeber ein Instrument zur Verfügung stellen. Und wenn das der Gesetzgeber nicht tut, können wir gar nichts machen, oder wie? Dann könnt ihr oder können die Verbände der Solo-Selbstständigen immer noch verhandeln und können quasi schauen, ob sie... Mit wem müssten Sie denn da verhandeln? Mit einer Gegenseite, mit dem sozialen Gegenspieler, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also mit irgendeiner Organisation der Auftraggeber. Also unter anderem zum Beispiel die Wirtschaftskammer. Wenn die sich bereitstellt für Verhandlungen. Aha, da ist also der Hinke Fuß. Es kann sein, dass das Gegenüber, mit dem ich gerne verhandeln möchte, sagt, ich möchte aber mit dir nicht verhandeln. Das ist der Begriff des Vertrags immanent oder der Verhandlung, dass man ein Gegenüber braucht. Und deswegen bräuchten wir vom Gesetzgeber einen Erlass, einen Was. Was bräuchten wir vom Gesetzgeber, damit die Sozialpartner in dem Fall Solo-Selbstständige und ihre Gegenüber in Verhandlung treten müssen? In Wahrheit müsste sich der Gesetzgeber überlegen, ob er nicht eine Art Kollektivvertragsrecht, Gesamtvertragsrecht für eben diese erweiterte Gruppe, für Solo-Selbstständige zur Verfügung stellen möchte, aber sowas nicht etablieren möchte. Aha, also dann werden wir jetzt mal die Regierung fragen, ob sie sowas doch etablieren möchte. Man fragt es nach. Ach, sie sind ja immerhin 7% aller Erwerbstständigen. Jetzt muss ich ein bisschen Eigenlob aussprechen noch. Ich habe mich so gefreut, wie wir das erste Mal in Brüssel waren, eben mit Fera, Imago und Unime. Und da haben wir uns alle gedacht, das wird nie was. Und beim zweiten Mal haben wir schon gemerkt, uh, 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 da bewegt sich jetzt wirklich etwas. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich im Herbst vorigen Jahres, Herbst, Winter war das, diesen ersten Entwurf gelesen habe. Aber es wurde so gar nicht diskutiert. Also das war so wirklich fernab jeder Öffentlichkeit, kam mir vor. Wie war denn dein Eindruck, Sophie? Hast du das Gefühl gehabt, das nehmen jetzt endlich die Menschen wahr, dass es Möglichkeiten gibt, ihre aktuelle Situation zu verbessern? Ich weiß nicht, ob mein Eindruck jetzt dafür repräsentativ ist, weil ich mich doch in dieser Arbeitsrechts-Bubble irgendwo bewege. Und gerade das Thema Plattformarbeit, Crowdwork und so, das ist eben das Thema, das gerade im Kommen ist und das irgendwie so das europäische Arbeitsrecht sehr bewegt. Und auch diese Leitlinien, die Leitlinien, die es jetzt gibt, müssen immer im Kontext gesehen werden mit dem Richtlinienentwurf zur Plattformarbeit. Und insofern, ja, wurde das schon sehr wahrgenommen. Und auch gerade das Thema Kollektivverhandlungen, Tarifverträge für Schutzbedürftige, Selbstständige ist schon etwas, was auch in der arbeitsrechtlichen Literatur immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und irgendwie einer der zentralen Punkte ist, auch wenn man sich anschaut, was für Tagungen und Konferenzen veranstaltet werden. Insofern hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwo untergegangen wäre. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen aufgewacht, erst im Sommer, Herbst, heuer. Also fast ein Jahr danach, nachdem dieser Entwurf der Leitlinien ausgesandt wurde. Bei meiner ersten Recherche habe ich eigentlich nur von ein bis zwei Institutionen Stellungnahmen dazu gelesen, von den Betroffenen, also jetzt den Solo-Selbstständigen, erst heuer, also wirklich erst im Herbst heuer. Und da ist dir schon vorher was untergekommen? Ich meine, ich verfasse meine Dissertation zu diesem Thema. Insofern, ja. Aber es stimmt schon, es ist jetzt nicht so, auch medial zum Beispiel, nicht wirklich aufgenommen worden, dieser Spielball. Also man hat schon recherchieren müssen. Und auch, ich finde, die Anzahl der Stellungnahmen war doch irgendwo überschaubar am Ende des Tages. Wir reden ja schon seit vielen Jahren über die Veränderungen in der Arbeitswelt. Und das war wirklich ein nötiger Schritt, um sich nicht weiterhin Ausbeutungen auszuliefern. Wobei ich immer wieder betonen muss, dass es nicht so ist, dass das bei allen der Fall ist. Es gibt ganz viele faire Arbeitsverhältnisse, aber es gibt eben auch andere. Und um denen, diesen vorzubeugen, die Möglichkeit, sich solidarisch, kollektiv, gemeinsam zu schützen, so wie eine Gewerkschaft früher gut geschützt hat, das wird immer ein bisschen schwieriger, weil die sind dort ja nicht zu Hause, die Solo-Selbstständigen. Die waren ja alle woanders, wenn sie überhaupt irgendwo zu Hause waren. Und dieses Gespräch über Veränderungen in der Arbeitswelt, wie nimmst du das so generell wahr? Du bist ja noch sehr jung, aber unglaublich firm in deinem Gebiet und du brennst, bist voller Leidenschaft für dieses Thema. Was nimmst du so wahr? Was passiert denn tatsächlich vom österreichischen Gesetzgeber in die Richtung Veränderung der Arbeitswelt? Wie wird man gerecht? Wie wird man den Umständen gerecht? Wie könnten wir, wir haben jetzt auch Fair Pay und all diese Dinge. Wohin führt uns, sind wir auf einem guten Weg? Fehlt viel oder fehlt noch ein bisschen was? Ja, schwer zu sagen. Ich meine, der Arbeitnehmerbegriff, den wir im österreichischen Arbeitsrecht haben, aber den wir dann auch im europäischen Arbeitsrecht im Wesentlichen vom Kern her auch haben, der stellt halt auf persönliche Abhängigkeit ab. Immer noch, der ist geprägt durch eben das, was ein Arbeitnehmer zu Zeiten der Industrialisierung war, als das Arbeitsrecht entstanden ist. Und da geht es eben um organisatorische Eingliederung und das Tätigwerden mit fremden Betriebsmitteln, weisungsabhängig sein, kontrollunterworfen sein. Und natürlich entstehen jetzt immer mehr Arbeitsformen, wo das eben nicht so ist. Wenn ich vielleicht ein Lieferbote bin, wenn ich im Internet meine Arbeit anbiete, dann bin ich trotzdem noch auf das Entgelt oder den Lohn angewiesen zur Bestreitung meiner Existenz. Aber ich bin nicht mehr so eingegliedert, wie ich das vielleicht war, wenn ich ein Fabriksarbeiter war, worauf aber doch irgendwie die arbeitsrechtliche Gesetzgebung abstellt. Und ja, der Gesetzgeber hinkt halt doch immer ein bisschen hinterher, wenn man das so sagen kann. Aber es ist auch schwierig, das ganze Arbeitsrecht umzuwälzen. Und ich glaube, das möchte auch keiner und das wäre auch nicht zielführend. Aber es besteht halt doch irgendwo ein Anpassungsbedarf. Aber gerade diese Initiativen von der Europäischen Kommission oder eben der EU, ich glaube, die gehen schon in die richtige Richtung. und auch dieser Richtlinienentwurf zur Plattformarbeit, der ist schon ein Fortschritt. Am 1. Dezember haben wir eine erste Informationsveranstaltung zu dem ganzen Thema gemacht, um das hier auch innerhalb der Kunst- und Kulturschaffenden einfach mal zu informieren. Das gibt es jetzt für uns. Welche Schritte können wir unternehmen? Da warst du auch am Panel. Und da fiel ein ganz spannender Nebensatz von dir, den ich aber jetzt gerne nur mal aufgreifen möchte. Du hast gesagt, ein Kollektivvertrag ist ein Grundrecht. Ja, also es ist so, dass sowohl auf Ebene des Unionsrechts mit Artikel 28 der Grundrechtecharta, als auch, wenn man sich die Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 11 anschaut, ist einfach normiert oder leiten zumindest die Gerichte daraus ab, dass man ein Grundrecht auf Kollektivverhandlungen, dass das besteht. Und das besteht grundsätzlich für Arbeitnehmer. Also zum Beispiel in Artikel 28 der Grundrechtecharta steht eben Arbeitnehmer als Begriff. Grundrechtsträger ist der Arbeitnehmer. Und es ist jetzt natürlich strittig, ob dieses Grundrecht wirklich nur für Arbeitnehmer eben im geschilderten Sinn, weisungsabhängig, persönliche Abhängigkeit und so weiter, ob das nur für diesen engen Arbeitnehmerbegriff besteht, oder ob man nicht eigentlich davon ausgehen müsste, dass dieses Grundrecht auch für die Personen bestehen sollte, die eben sich in einer strukturellen Unterlegenheitssituation befinden, die eben auf die kollektive Gegenmachtbildung angewiesen sind, unabhängig davon, ob sie jetzt formal arbeitsrechtliche Arbeitnehmer sind. Fand ich einen sehr spannenden Gedanken und das sollte uns alle stärken, egal jetzt in welchem Bereich wir tätig sind, ob das jetzt die Kunst, die Kultur oder ganz was anderes ist. Wir können wieder solidarisch zusammenkommen. Etwas, was ein bisschen so verloren gegangen ist, sowas wie Berufsverbandsgruppen, also jetzt langsam merke ich das bei manchen Plattformbediensteten, also bei Uber oder so, die tun sich jetzt langsam zusammen, sagen, Moment, Moment, ich bin ja nicht alleine, da gibt es ja viele andere auch. Das ist ein solidarischer Gedanke, du sprichst auch von diesem Grundrecht, der über die letzten 20 Jahre, ist mein Eindruck, aber du wirst es vielleicht genauer wissen, verloren gegangen ist, weil man nicht vertraut hat, weil man es nicht gewusst hat, es ist ein Amalgam aus unterschiedlichen Gründen, dass man nicht mehr in die Gewerkschaft beigetreten ist, dass man nicht mehr sich in Berufsverbänden gefunden hat, weil ich mache das schon, ich schaffe das schon, oder habe ich da einen falschen Eindruck? Ja, ich glaube schon, dass es in gewisser Weise diese Tendenz gegeben hat, bei Arbeitnehmern, ja. Aber ich glaube, je schwieriger auch die Situation für die Beschäftigten dann wird, desto eher sind sie eben darauf angewiesen, dass sie sozusagen ihre individuelle Unterlegenheitssituation durch den Zusammenschluss, die Kollektivierung dann wieder ausgleichen können. Also ein Aufruf, geschätzte Damen und Herren und alle Geschlechter dazwischen, dort sei zusammen, man kann jetzt an der eigenen Situation gemeinschaftlich etwas verbessern, man muss es nur wollen. Würdest du uns noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ja, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass gerade eben die Interessenkollektivierung wirklich und dieses Ausgleichen von individueller Unterlegenheitssituation durch Zusammenschluss, dass das wirklich ein mächtiges Instrument irgendwo ist, ja. Weil wenn man dann in die Situation kommt, dass alle einer Branche sich zusammenschließen, dann hat man in Wahrheit eine gleiche Verhandlungsposition und dann kann man sich auf Augenhöhe begegnen mit dem Verhandlungspartner und dann sind angemessene und faire Beschäftigungsbedingungen wirklich, glaube ich, keine Illusionen mehr. Wenn jetzt zum Beispiel Solo-Selbstständige noch keine Berufsvereinigung haben, was ist wichtig? Woran sollte man denken? Denn ich, ja, mal Frage beendet, Antwort bitte. Ich glaube, je repräsentativer so eine Organisation ist, desto mächtiger wird sie sein. Das ist klar, aber reingesetzlich, was muss sie sein als Berufsverband? Muss sie die Nettesten, die Hübschesten vereint haben? Sie muss sich halt als Verein einmal gründen, nach dem Vereinsgesetz, wahrscheinlich am sinnvollsten. Und sonst, ich denke, es müssen sich halt Leute zusammenfinden, die die gleichen Interessen verfolgen. Aber es muss die überwiegende Mehrheit in diesem Sektor sein. Ja, genau, Repräsentativität. Ja, genau, das muss man ein bisschen präzisieren. Also es reicht nicht, wenn fünf sagen, ja, hey, wir machen das. Nein, weil dann haben sie keine Verhandlungsmacht. Also ganz wichtig, wenn es noch keinen Berufsverband geben sollte, bei der Gründung darauf achten, dass man wirklich alle oder einen wirklich überwiegenden Großteil erreicht, die Mitglieder werden in diesem Berufsverband. Genau, weil die Zersplitterung schadet dann eben den einzelnen Gruppen. Und man nimmt das auch nicht ernst, das Gegenüber. Das ist jetzt in der Kultur eigentlich schon sehr weit geschritten. Wir haben seit vielen, vielen Jahren in nahezu allen Gewerken, oder ich glaube wirklich in allen Gewerken, Berufsverbände. Wir haben auch unsere wichtigsten Partner, wie Verwertungsgesellschaften, die uns auch beraten können und vielleicht auch da und dort mal unterstützen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das ist jetzt eine Zielgerade, auf die man losstarten kann. Jeder individuell in seinem Gewerk, in seinem spezifischen Berufsleben. Na gut, dann hätten wir das besprochen. Können wir jetzt über Weihnachten reden. Und das neue Jahr, das neue Jahr soll Schönes bringen. Nein, und vor allem eine Verbesserung für uns alle. Meine Frage war wirklich, was gibst du uns mit auf den Weg bei diesen Verhandlungen? Wie weit muss man jetzt sich juristisch hier wirklich auskennen und wissen, was das Wettbewerbsrecht ist? Kann ich das als Nicht-Juristin? Schaffe ich sowas? Oder braucht man dafür wirklich einen juristischen Beistand? Also als Juristin wäre ich jetzt blöd, wenn ich sagen würde, das kann jeder, weil sonst würde ich mich ja nicht so intensiv damit befassen müssen. Aber ja, ich denke, diese Leitlinien sind eh auch sehr instruktiv geschrieben, wenn man sich das anschaut. Und in Wahrheit, einen Kollektivvertrag kriegt man jetzt nicht einfach so als Solo-Selbstständiger, sondern da braucht es eine gesetzliche Grundlage eben, damit man diese unmittelbare Rechtsverbindlichkeit auch bekommt. Und damit nicht nur die zwei Verbände, die abschließend durch den Vertrag gebunden sind, sondern damit er eben auch relevante Rechtswirkungen für die Normunterworfenen, das heißt für die einzelnen Solo-Selbstständigen, eben entfalten kann. Also der Juristische Rat ist unumgänglich und höchst empfehlenswert. Immer. Ja, das sehe ich auch so. Ja, vielleicht auch etwas zur Sprache. Bekanntlich trennt uns vom großen Bruder ja, also Deutschland, die Sprache am meisten. Wir haben, was bei uns Kollektivvertrag heißt, heißt in Deutschland Tarifvertrag. Und ich glaube, es war ein, zumindest ein deutscher oder eine deutsche Mitautorin bei diesen Leitlinien, weil es kommt nur Tarifverträge vor und es gibt auch keine Fußnote, dass in Österreich damit die Kollektivverträge gemeint sind. Es ist grundsätzlich so, dass das Unionsrecht einfach eine andere Terminologie verwendet als das österreichische Arbeitsrecht. Ah, grundsätzlich. Es ist grundsätzlich so, ja. Genau, und der Unionsgesetzgeber verwendet immer den Begriff, wenn er ihn überhaupt verwendet. Tarifvertrag und der EuGH spricht auch, wenn er überhaupt von Tarifverträgen oder Tarifverhandlungen spricht, spricht er davon und nicht von Kollektivverträgen. Aber das ist einfach dieser spezielle österreichische arbeitsrechtliche Terminus. Also ich würde jetzt gar nicht davon ausgehen, dass den Text ein Deutscher geschrieben hat oder so, aber das ist einfach die unionsrechtliche Terminologie. Okay, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Tarifverträge heißt bei uns Kollektivvertrag. Genau, der unionsrechtliche Begriff des Tarifvertrags ist einfach weiter auch noch. Und der eben Kollektivvertrag im Sinne des österreichischen Arbeitsrechts, der ist einfach ganz genau definiert in § 2 Arbeitsverfassungsgesetz. Und nur das ist darunter zu verstehen. Und diese unionsrechtliche Terminologie ist viel weiter und soll halt alle möglichen Formen der mitgliedstaatlichen Ausgestaltung von Tarif- oder Kollektivvertragssystemen erfassen. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn wir jetzt solidarisch, kollektiv, gemeinsam unsere Situationen verbessern, indem wir fair bezahlt werden, also einen fairen Lohn erhalten können für die erbrachte Arbeitsleistung, was genau kann ich mir vorstellen unter Verbesserung von Arbeitsbedingungen? Was ist da alles drinnen? Ja, Arbeitsbedingungen, auch so wie die Leitlinien da schreiben, da geht es eben nicht nur um Vergütung, sondern es kann in Wahrheit auch um Urlaub, um Arbeitszeit, um Arbeitsschutz gehen. Im Grunde genommen alles, wo man sagen würde, das fällt unter die typischen Gegenstände von eben Tarifverträgen, was da so geregelt werden kann, was die Kollektivvertrags- oder die Tarifautonomie schützt. Okay, das heißt, man kann sich damit auch beschäftigen, sollte sich auch damit beschäftigen, es geht ja nicht nur ums Gerstel, es geht auch darum, dass ich nicht jeden Tag 20 Stunden arbeiten muss, dass ich vielleicht auch mal nicht erreichbar sein muss und all diese Dinge. Das kann man damit auch klären. Genau. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Jetzt müssen wir nur noch den Gesetzgeber darauf aufmerksam machen. Uns fehlt noch ein kleines Hackerl und dann auch den richtigen Partner finden, um diese Gespräche zu führen. Glaubst du, wird das schwierig, das Letztere, den richtigen Partner zu finden? Ich glaube, Ersteres ist fast noch schwieriger, den Gesetzgeber davon zu überzeugen, dass er da wirklich ein großes Kollektiv- oder Gesamtvertragsregime für alle oder eine größere Gruppe an Soloselbstständigen oder arbeitnehmerähnlichen Personen verankert. Aber noch einmal wiederholt, wir müssten nicht eine gesetzliche Grundlage dafür haben. Wir könnten auch ohne diese verhandeln, sofern wir ein Gegenüber finden. Ist das korrekt? Ja, aber dann gibt es nur schuldrechtliche Wirkung von diesen Verträgen. Was heißt das genau, schuldrechtliche Wirkung? Das heißt, es werden nur die beiden Vertragsparteien, das heißt nur die Verbände werden dann quasi vertraglich gebunden sein, aber nicht die einzelnen Soloselbstständigen, die Mitglieder dieser Verbände sind. Die können daraus keine Ansprüche ableiten dann. Beim Kollektivvertrag ist es jetzt so, wenn der Kollektivvertrag zum Beispiel, eben im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, wenn der einen Mindestlohn festsetzt, dann kann ich als einzelner Arbeitnehmer, wenn ich diesem Kollektivvertrag unterliege, dann kann ich zum Arbeits- und Sozialgericht gehen und diesen Mindestlohn einklagen sozusagen oder andere Beschäftigungsbedingungen. Ich kann also unmittelbar Ansprüche daraus ableiten. Solange aber der Gesetzgeber eben diese Normwirkung nicht verankert für ein solches Regime für Selbstständige, kann der einzelne Selbstständige, selbst wenn sein Verband irgendwas verhandelt mit dem Gegenüberverband, dann kann er daraus noch keinen Anspruch ableiten, weil ein Vertrag eben immer nur diese beiden Personen, die den Vertrag abschließend bindet, in aller Regel. Die beiden Personen, also die Verbände? Also die juristischen Personen, ja, Verbände. Okay, also das heißt, es ist zwar etwas erreicht worden, eine Möglichkeit steht im Raum und jetzt muss das alles auch wirklich angepackt werden und das ist jetzt sicher nicht von heute auf morgen erledigt. So wie es immer ist in der Gesetzgebung. In diesem Sinne wünsche ich uns jetzt einmal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und im neuen Jahr gehen wir das voller Kraft voran. Und zwar lade ich alle ein, die Solo-Selbstständige sind, nicht nur meine Kollegen und Kolleginnen aus Kunst und Kultur, denn wir sind viele und gemeinsam schaffen wir das. Vielen Dank, liebe Sophie Schwertner, für dieses Gespräch. Vielen Dank und euch alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.